In diesem Video geht es um die besten drei Kaffeepads. Der erste Platz geht an das High-End-Produkt. Eine cremige Mischung für einen Kaffee mit intensivem und kräftigem Geschmack in vollständig kompostierbaren Papierfiltern, kompatibel mit allen ESE 44 mm Kaffeemaschinen, handgefertigt wie früher. Eine Mischung aus hochwertigen Kaffeebohnen, sorgfältig ausgewählt von neapolitanischen Handwerksmeistern, um ein intensives Aroma und anhaltende Geschmacksnoten zu bieten, 100% robuster Bohnen aus Brasilien und Asien. Der Geschmacksöindruck ist bitter mit einem ausgewogenen Verhältnis von Geschmacksrichtungen und Aromen sowie vielfältigen Noten von Buchenholz für ein echtes neapolitanisches Produkt, genauso gut wie in der Bar in der Tradition des Royal House of Bourbon. Die Verpackung besteht aus vollständig reseißelbarem Aluminium und Karton. Diese Kaffeeparts sind durch das Konsortium ESE Serving Espresso geschützte Marken. Die Produktion dieser Kaffeeparts ist autonom und nicht direkt oder indirekt mit ESE verbunden. Jetzt direkt sparen, der Link zum Produkt ist unten in der Videobeschreibung. Der zweite Platz geht an den Preis-Leistungssieger. Organoleptisches Profilintensität, ein 3,5 Aroma, 5-5 Körper, ein 3,5 Süße, 5-5 Rundheit, 5-5. Die Kaffeeparts von Kaffeefack Nano Espresso sind mit allen Kaffeemaschinen kompatibel, die über ein Partsystem verfügen. Die Kaffeeparts von Kaffeefack Nano sind äußerst einfach zu verwenden und werden mit biologisch abbaubaren Filtern für eine schnelle Entsorgung hergestellt. Jede Espressomischungspart von Kaffeefack Nano enthält eine Einzeldosis gerüsteten und gemahlenen Kaffees, hermetisch verschlossen, um Aromaverlust zu vermeiden und eine korrekte Dosierung und Druck des Kaffees zu gewährleisten. Jedes einzelne Espressomischpart besteht aus einer ökologischen Zellulose-Tüte, die neben ihrer Biodegradärbarkeit leicht entsorgt werden kann. Der dritte Platz geht an das Sparprodukt. Die Mocha ESE 44 Parts, kompatibel mit allen Easy Serving Espressosystemen, in kompostierbarem Papier, intensiver Geschmack. Eine kräftige Rüstung für einen Kaffee mit gutem Körper und einem sehr intensiven Aroma, das Noten von gerüstetem Brot und Keks freisetzt. Intensität, 8es Format, Packung mit 50 Parts A 44 mm, umweltfreundlich, Bio-Basic Parts, hergestellt aus Material, das zu 80% pflanzlichen Ursprungs ist. Die Mocha Group hat weitreichende Wurzeln, das unternehmerische Projekt entstand gegen Ende der 1980er Jahre durch eine starke Leidenschaft für Kaffee und die unternehmerischen Fähigkeiten von Ivan Padelli. Derzeit ist sie eine der führenden Rüstereien in Italien hinsichtlich des jährlich behandelten Rohkaffee-Volumens. Die Mocha Group besetzt sich aktiv für die Entwicklung von leicht reseißelbaren, kompostierbaren und umweltfreundlichen Verpackungslösungen ein.